Hallo liebe Familien aus Deutschland, mein Name ist Miguel Pulillo. Ich komme aus Bogotá, Kolumbien. Ich bin jetzt 22 Jahre alt. Jetzt setze ich moderne Sprache an der Universität an. Ich spreche Englisch, Französisch, Spanisch und ein bisschen Deutsch. Ich lebe mit meinen Eltern. Mein Vater heißt Francisco und meine Mutter heißt Mama. Mein Vater ist Buchhalter. Er ist 53 Jahre alt und meine Mutter ist 51 Jahre alt. Ich habe zwei Brüder. Sie sind Jorge, mein zwölf Bruder, und Francisco, mein anderer Bruder. Ich lebe auch mit meinem Hund. Er ist ein Haustierer. Er heißt Ruf. Ich mache eine Arbeit soziale in einer Richtung von besonderen Kindern. Ich lerne an wie passen auf die Kinder auf. Was fühlen sie? Was mögen sie gern machen? Und über alles lernen in ihnen die Disziplin. Ich warte ein gutes Bild von euch und ich will meinen Traum erreichen. Dankeschön. Ich lese ein gutes Bild von euch und ich will meinen Traum machen. Take out of this so-called problem. Better put em in quotations. Say what you need to say. Say what you need to say. Say what you need to say. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018